aber jetzt durchaus nicht so clever jetzt nach links alter vor real ich kriege voll die Aggression das ist scheiße mit der Kugel ja war ich schon aggressiv mach doch ein verlass ich ja ich mache doch eigentlich nicht siehst du weiß schon was du gar nicht ausrechnen nein ich wollte schießen aber die fick Hure hat nicht geschossen also hast du die gerade beleidigt geht doch ey ich hab dich so getraut dass du jetzt bei dem stirbst hier Spaß ey du bist doch so behindert du Hurenfreund Freund Freund du Hurenfreund ja irgendwer hat dich ja auch beleidigt unter dem Video alter was eine scheiße du Hurensohn schön sehr schön das war wieso nennt man mich bitte Hurensohn ne der hatte ich nicht Hurensohn sondern Hurensohn Huren achso dann hast du ja eigentlich ein Kompliment danke immer noch achso ich bin dran nein ich lasse mich zweimal just for the lulz abschießen ich dachte schon ja siehst mal wie ich dir zutraue ne siehst mal wie du wieder nicht aufpasst hat nichts mit aufpassen zu tun ich hab dir ja zugetraut ganz einfach komm stirb doch nochmal tu es für mich komm hast du den Pro gesehen verreckt alle ich glaub du musst über die gehen ja genau lass dich's nicht irritieren ne ich glaube auch nicht es ist mich irgendwie irritiert wow wir haben schon alles hä achso ich geb mir voll die Mühe du kannst auch so schräg nach oben schießen ich weiß ich hab kein Bock drauf wie langsam das eine fliegt hab ich doch gut genutzt ja Pro boah lol Trick du bist echt der Uber Pro von dir kann ich noch viel lernen ne kannst du nicht also ich kann nicht lernen aber man könnte ja die gibt das Schild hä er ist weg ok das irritiert ah ok sie gibt das Schild meinte ich doch Dose ich hätte sie so das wäre so geil gewesen wenn das jetzt echt nicht geklappt hätte wegen dem Spinnnetz oder so dagegen und zurück der Speicherstein leuchtet total krass oh ich glaub der Boss hier ist ein Schneemann wenn ich mich erinnere richtig boah alter Falter finde die Minze ja ich stehe unten in der Klippe komisch hätte ich auch gedacht hätte sein können dass sie die versteckt haben wäre voll geil gewesen von den Entwicklern voll verarscht und süß so auf der SNES Version so voll ewig lol die Wichser die Wichser die Wichser die Wichser die drücken dann weg ne ach so lol die kannst du weg wegrollen ich hab gesagt die machen mich kaputt ich weiß nicht ich hab bewusst nicht gerollt ich weiß das auch nicht was das war die Schiemen glaub ich nur weg ok oder auch nicht wie aufmerksam er manchmal spielt ist so jetzt zu reisen findest du just do the twist ja genau ey fick mir ins Gehirn rein klar oh mein Gott lol jetzt schon wer von ihm wer von ihm oben nach links und dann gehst nach rechts genau so ich wollte eigentlich nicht runterfallen ich weiß deswegen hab ich auch gelacht ich meine ich lache immer aber ich bin ein lustiger Mensch ha 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 hä Man lacht ja nicht, wenn man lustiger Mensch ist. Man lacht, wenn man lustige Menschen kennt. Mit denen redet. Das will ich nicht, dass ich... Du bist ein Hurensohn. Ja, mein Gott, dafür kannst du ja nix. Ja, du kannst dich durch alles durchfliegen. Manche Level, da hast du mit ihr echt so... Win-Win-Situation. Wow. Soll ich da reingehen? Ja, komm. Das ist das erste Mal, dass wir wieder alle zwei haben. Wow, mein Netzer. Mute. Mute, 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 mute. Mute, wenn ich den Mute-Stecker finde. Ja, mute. Guck mal, wie die mich stören. Kann ich hier nochmal rein? Gleas? Ja, kann ich. Super. Ja, also, wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Also, ich bin hier seit kurzem Let's Player. Hab da gerade Mario Ras Mask hochgeladen. Ja, und da spiel ich gerade. Ich trau mich aber noch nicht wirklich zu reiden. Alter, ist so tricky. Ja, ich bin hier so tricky. 23. Oh yeah. Generell rated man auch nicht im Socarina aufteilen. Doch. Socarina. Socarina. Links ist ein Ding. Links, links. Du willst nur, dass ich sterbe. Ich weiß. Socarina. Das. Das. LOL. Beim letztmöglichen Gegner sterbe ich. Ich krieg zu viel. Jetzt kannst du zum Ende, Boss. Zum Hrenne, Boss. Geh zum Ende, Boss. Okay. So, wo ist er denn? Oh mein Gott. Ah, der. Oh, geil. Guck mal, wie der mich provoziert. Ach so. Ah, so wenig die Ebenen. Ne, oder auch nicht. Oh, der lacht mich auch sehr wechselt. Wird getroffen und lacht. Ey, gibt's innen, ne? Der Endpost ist mal voll geil. Der ist voll scheiße. Den trifft man irgendwie nie. Oh mein Gott. Ja, realistisch. Mach ich auch immer. Ich spuck auch immer Code-Kugeln aus. Der spuckt nicht. Doch, macht er. Das ist sein Kopf. Hä? Wie, wie mach ich denn hier in die Ebene rein? Ja, anscheinend gar nicht. Ja, irgendwie echt nicht. Boah. Ne, ich kann nicht in seine Ebene. Verstehe ich nicht. Das sollte aber eigentlich gehen, weil ich hab den Gefühl, der geht dann nicht mehr weg. Ah, jetzt. Ah, nach hinten drücken. Jetzt verstehe ich's. Boah, ist der übel. Ah, ich mag den Boss. Ja. Wenn ich nicht dran komme. Wenn du kriegst. Boss. Nein. Wow. Ja. Realistisch oder mittel? Ich sterbte direkt noch mal. LOL, wie kann man wer? Ah, so. War knapp. Links siehst du sogar einen blauen Ding. Ja, ja. Den hab ich schon erkannt. Kombo. Was macht der denn überhaupt? Er danzt dann, wenn du das machst. LOL. Übertreib noch ein bisschen mehr. Ja, genau. Ich hab gar keine Ahnung. Ah, ich hab gedacht, er hört jetzt auf. Aber warum denke ich? Oh, mein Nettet. Mute. Reciving Status? Hä? Oh, ein Endboss. Ein Enemy has been slained. Ah, nee. Spovend. Guck mal, da freut er sich. Hallo? Hallo? Hier komm. Hier komm. Hier komm. Zeig dein Gesicht. Guck mal. Ich huren so, Noob. Ich könnte gerade echt meinen Monitor nehmen. Boah. Ja. Ma. Auf mich anzukotzen. Warum macht der sowas? Wow. Ich dachte auch, er hört auf. Also, die Konstruktion ist vor Schuhe nicht so einfach. Ich würde ja gerne ein Foto machen, aber dann sieht man mich selber schuld. Was wolltest du gerade sagen? Die Konstruktion auf meinem Kopf ist gar nicht so einfach. Alter! Ey. Okay. Finally. Finally. Bis zum nächsten Mal.